hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play slender the arrival wir sind hier im zweiten kapitel und müssen dieses mal acht seiten finden im original slender spiel damals okside park ist three canoes available for rent kanoos sind damit kanoos gemeint richtig kanoos oder was das was anderes keine ahnung willkommen zu okside park okside park offers many reaktional ventures okside park reaktional center open von 9 a.m. to 7 p.m. da kann man offensichtlich ganze machen im okside park okside park konfinde ich also nicht schwimmen gehen ok ganz wichtige regeln die wir zu beachten haben nicht einzige regel die wir hier beachten müssen ist dass der slender man sich erwischt das wäre nett na dann versuchen wir doch mal unser bestes um slender hier zu erweiden ich dachte gerade der felsen ist ein kopf der aus dem wasser guckt das auch schon der gute slender hier ist das gebiet wo wir landen müssen aber hier ist noch keine page aber ich denke die finden wir noch früh genug hier sind die container ok da müsste ja irgendwo eine seite sein da in der nähe da ist er doch gefunden help me zack eins von acht dann haben wir schon mal die container abgehakt können direkt weitergehen zur nächsten location wenn die haben wir noch nicht gesehen bisher aber es kommt noch früh genug keine sorge der kleine scheiße ist uns doch auf dem fersen was ist das denn ein boot ok lassen wir das boot boot sein und gehen wir weiter dieses klopfen im hintergrund ist ein bisschen nervig da ist auch schon das auto da müsste noch eine page sein eigentlich nicht auf dem rückbank oder doch da das war eine page wo der enderman drauf ist äh der enderman genau weil wir hier auch den enderman dem enderman begegnen ich dem slenderman slenderman ist ja quatsch wir kämpfen hier gegen endermans die kamera ruckelt so ein bisschen das bedeutet dass slendy boy your guns in der näher ist echt hinter uns naja irgendwo wird er schon sein da hinten ist er yo slendy was geht peace out bro jetzt hör mal auf hier meine kamera zu stören ja was soll denn das ich will nur mit nächtlichen spaziergang durch den wald machen alles gut was no ice ja natürlich hat er keine augen hat er gar kein gesicht der kleine slendy wie soll er den augen haben weil er kein gesicht hat also ja kratsch so das haben wir abgehakt slendy ah der ist hier irgendwo das dürfte klar sein okay dass er irgendwo ist es sowieso voraussetzung sitze das spiel voraus da hinten ist er yo es geht please bro ich geh mal hier rein ich muss mal kurz scheißen sooo gucken wir nochmal muss da irgendwo im zettel sein okay hier nicht dubidu slendy was geht ab er feiert die ganze nacht hier ist nichts vielleicht hier irgendwo äh hier unter dem tisch ne slendy bist du hier irgendwo äh vielleicht draußen irgendwo man weiß das nicht so genau eigentlich ist es nicht so schwer slendy zu entkommen wenn man weiß wie und ich hab mir vorher angesehen wie oh leck mich nein 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 oh feg dich mein kleiner mein kleiner slendy freund man muss einfach nur weglaufen das dürfte nicht so schwer sein die haben doch nur drei pages und nach drei pages ist er schon so hart hinter uns her was geht ab der erscheint ja echt mächtig geil zu sein gerade denn wie jeder weiß wir spielen ja eine frau ist ja hier drinnen vielleicht jetzt guck ich mal von draußen bitch müsste doch irgendwo eine seite sein oder nicht glaub ich da ist er doch gefunden so ok jetzt können wir wieder gehen tschüss das blöde Haus hier ne so da haben wir das Haus das Auto äh was fehlt uns jetzt noch das wäre ja gar nicht das Toilettenhaus das Toilettenhaus ist ja oh slendy naja es geht das ist ja freshalicious äh das Toilettenhaus ist ja woanders da hinten ist er wieder kannst du mal auch von dich zu teleportieren oder mir die gleiche Fähigkeit geben ich meine es ist auch ein bisschen unfair so ist er hier irgendwo slendy boy ne ok ah das ist easy da hinten ist doch noch ein oder sind das die container ah das sind die container fuck hier waren wir schon ok gehen wir halt nochmal im kreis ich meine hey was soll's slendy es geht bist du irgendwo er ist auch immer irgendwo äh die Kamera ruckelt das heißt er muss ja hier irgendwo sein ok spooky scary Geräusche das kannst du auf jeden Fall ah hier ist doch ne Page mein Gott erst mal umsehen bevor man hier äh bevor man sich sicher ist dass man die schon hat jo es geht du bist zwar schmal slendy aber nicht so schmal wie der Baum du kannst dich dahinter nicht verstecken ich seh dich trotzdem ja ich hab nämlich adle Augen bam ja verstehste verstehste dat der diese Frühschritte die man ab und zu zwischendurch hört ja leck mein Arsch die können übrigens nicht vom Slenderman sein weil das Slenderman geht natürlich nicht der teleportiert sich kannst du mal aufhören dich vor mir zu teleportieren ich muss da lang hallo oh alter Schwede soll ich dich denn ernst kann ich denn bist du jetzt danke also wirklich da würden wir nie einmal nachtspazieren machen ja und taucht er voll überall aus wie so ein Stalker hallo na alles fresh und delicious peace out bro äh warte mal jetzt hab ich meinen Weg verloren da ist ja was peace out bro das steht ja da hinten oder was ne na grad so aus aber hab ich mich wahrscheinlich nicht gehört okay hier ist ein Zaun aber hier ist keine Seite an diesem Zaun ist schade mach ich einfach mal hier querfeld ein Parcours style ach hier müsste drinnen eine Seite sein genau da haben wir 6 von 8 und jo Slendy warte mal ich will hier nur mal die Seite einsammeln ja also ganz easy bleiben hier ist der Zaun da kann man nicht weiter ich möchte ja guck mal da ist der Weg was fehlt uns jetzt noch ich glaub das Toilettenhäuschen fehlt uns auf jeden Fall noch leck mal ich bin weg okay ich muss anscheinend noch weiter laufen damit ich nicht von seinen Tentakeln gefasst werde oh 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 god damn it Slendy hör auf als Maul Wichser jetzt ruckelt die Kamera aber ganz schön jetzt musste ich hier quer in den Wald laufen um nicht von Slendy erwischt zu werden oder was gibt's doch nicht wo ist er denn jetzt hallo muss doch wissen wo ich hinlaufen muss guck mal da ist äh da ist ein Klo ich geh mal kurz scheiß ins Slendy du wartest draußen zack so sieben von acht eine noch eine kleine Seite noch ist das das ja das Häuschen da waren wir schon drin okay äh wo bist du denn du wo bist denn du hallo äh halt nicht wenn du dich nicht zeigen willst ist das auch nicht mein Problem so ah Camping da ist doch die letzte Seite bestimmt da ist er doch zack acht von acht jetzt weiß ich aber nicht wo ich hin muss das ist das Problem an der ganzen Sache aber die ganzen Geräusche haben aufgehört meistens ist es kein gutes Zeichen es hängt dich doch ach so nee so endet ja die Episode ich erinnere mich okay Cool, bin wieder, äh, am Stüssel. Was ist denn jetzt? Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, was jetzt kommt. Das dritte Kapitel war doch, äh, ich glaube, das dritte Kapitel ist ohne Slendy. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Äh, ich muss nur mal kurz gucken. Ja, genau, da müssen, ja, genau. Okay, Leute, das war Episode 2, easy going, 10 Minuten, Slendy einfach mal weggebammt, seine 8 Seiten haben wir einkassiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der nächsten Episode, am nächsten Freitag. Bis dann, Leute, und ciao.